Leute, ich hab so Bock. DLC-Strecken. Acht neue Strecken. Es wird richtig, richtig geil. Ich weiß noch gar nicht, welche ich als erstes nehmen soll. Ich glaube, ich hab als erstes Bock auf... Ich hab... Ach, ich weiß es nicht. Pinball, ich hasse den. Komm, für euch, für euch. Ich mag die Strecke nicht, aber ich mach für euch Pinball. Es ist der Flipper geworden. Erste Strecke der Flipper. Let's go. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ist nichts im Vergleich zum ersten DLC, zur ersten Welle. Also sieht rein grafisch schon mal eine Ecke besser aus. Musik auch. Gut. Ey, ich kenn die Strecken gar nicht mehr, ne? Also bitte lacht mich nicht aus. Ihr werdet mich bestimmt so abziehen hier. Wieso flert hier so ein scheiß Ball entlang? Weg mit dem Cutball. Oh, 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 oh. Da war ein Ball. Der scheiß Ball! Verfolgt mich. Oh Gott, das ist ja hier gar nichts für mich. Nobu Naga kommt, glaube ich, auch dazu. Wie gesagt, zwei Plätze haben wir noch. Musik. Und Leute, wie findet ihr die? Findet ihr die erste Strecke bisher? Oh, oh, oh. Der Profi am Start. Auf jeden Fall ist gut, dass in der zweiten Runde nicht der scheiß Ball hier ist. Seht ihr eigentlich den Platz jetzt? Ja, seht ihr. Gut. Oh Gott, ich wusste es, dass ich überfahren werde. Ich hab's gewusst. Richtig schön Windschappen gesneakt. Auf jeden Fall ist die Strecke sehr lang. Sehr lang. Du lädst nur das Zeug runter, okay. Oh Gott, hier ist direkt wieder eine Linkskurve. Aber ich merk schon, ihr kommt auch noch nicht so ganz auf die neue Strecke, klar. Das ist gut für mich. Oh Gott, bitte nicht der Ball, bitte nicht der Ball. Geh weg, Ball! Oh ne, Skoppy, bitte nicht. Geil. New York Speedway. Die kenn ich auch gar nicht. Die kenn ich auch gar nicht. In Marokka Tour. Ich nicht. Keine Ahnung. Das wird jetzt spannend. Jetzt bin ich genau über der Streckenführung. Ich kann euch sagen, die Strecke sieht mucho kompliziert aus. Alter, der ist einfach ein Goomba. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Ey, wir müssen... Ich muss erstmal... Was? Wohin? Alle fahren dagegen, fühle ich. Niemand kennt die Strecke. Alter, die Strecke müssen wir aber nochmal fahren. Ich blicke hier gar nicht durch. Und ich finde es geil, hier ist neue Musik drin, ne? Also die Musik kann ich noch nicht. Den Soundtrack. Kann man hier abkürzen? Au! Da hat der Rolf aber... Aua. Au. Also hier muss ich erstmal reinkommen. Also ob ich genau hier stehen bleibe. Danke, Mani. Ich wollte mir sowieso ein bisschen die Strecke angucken. Ein Buhu. Geil. Hä? Wo geht es denn jetzt lang? Boah, auf jeden Fall ist doppelt. Hä? Hä? Wo bin ich hier? Blitz, Blitz, Blitz. Blitz! Also die Strecke ist ja immer übel kompliziert. Schaut euch mal... Könnte ich nicht mehr sehen, aber die Streckenführung war so. Schneeland. Geil. Was ist das denn? Guck mal, die Items. Die fliegen. Kann man hier abkürzen? Rechts rüber? Aber wie, Mann. Au! Grün-Snipe. Ach, schon wieder ein Grün-Snipe, what? Hört auf, die Grünen nach vorne zu schießen. Oh, hier ist noch mal eine Abkürzung. Aber merkt, ne? Neue Strecken bin ich nicht gut drauf. Ich bin nur gut wegen Master Memory. Neue Strecken, gar nichts für mich. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Oh, Mann, das tut aber auch weh. Da hat jemand als Zwölfter diese Rotze bekommen. Jetzt rückt er mit Grün. Oh, geil. Der Boohoo hat mich beschützt. Also, wenn ich jetzt wieder Raine von irgendwas getroffen werde, ne? Dann flippe ich aus. Geil. Oh, geile Musik. Oh, der Snipe, der tat weh. Den hab ich sogar gefühlt. Den Schmerz. Oh. Oh, oh. Ah, Grolf! Die Strecke gefällt mir. Hier kannst du mit dem Stern, glaube ich, richtig gut. Guck mal hier. Kannst du komplett mit dem Stern drüber brettern. Für dich. Ach, Rolf! Was machst du mit mir? Oh, kein Alter. Das ganze Keim erzählen. Na klar. Ah, pfff. Ah, pfff. Scheiß Bot Erster geworden. Alter, was hab ich denn alles abbekommen von euch? Was hab ich denn alles von euch abbekommen? Boah, die Musik, Leute. Ihr hört die Musik. Boah, hier rechts der Riesensprung. Oh, fuck. Oh, fuck. Der war schlecht. Colin hinter mir. Ich glaub, hier ändert sich auch die Streckenführung, ne? Nach jeder Runde. Oder? So war das doch. Oha, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Alter, das fühle ich ja extrem. Geil. Geil. Und jetzt? Und jetzt? Hä? Und jetzt? Hä? Wo fahren wir lang? Ach, hier ist die dritte Runde? Alter, das ist so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo fahr ich lang? Das ist so cool. Ich kenn die Tourstrecke nicht. Deswegen ist das grad für mich so krass. Weil ich kenn nur den N64-Teil. Das ist ja so geil. Wer fühlt das auch so? Alter, wie geil war das denn? Das war... Alter, das hat mir richtig Bock gemacht. Ey, wie geil war das denn? Pilzschlucht. Ich nehm auch Pilzschlucht als Koppel. Die kommt auch gleich. Keine Sorge. Oha. Das ist wieder eine Strecke. Hier weiß ich gar nicht, wo es lang geht. Wird wieder spannend. Oh, schön aber, ne? Ganz schön hier. Oh, cool. Geil. Was ist das hier? Sydney, ne? Ist schön. Coole Strecke. Gefällt mir bisher sehr gut. Ein bisschen wenig Items für meinen Geschmack bisher. Snipe. Aua. Und zu wenig Abkürzung. Das ist halt doof bei diesen Tourstrecken. Ich hab das Gefühl, hier gibt's wenig Abkürzung. Aaaaah. Fast gegen die Wand gefahren. Nein. Xerox ist hier Main. Ich seh das schon. Ach, der Scheiß-Board. Hier kann man ein bisschen abkürzen. Oh. Ach, als ob, als ob. Was ist das denn? Was ist das denn hier alles? Letzte Runde. Schneller, schneller. Ach, nee. Nicht alles auf mich. Ach, nö. Ach, noch eine Runde. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Ich dachte, das war letzte Runde. Hat sich so angefühlt. Alter, die Strecke ist ja übel lang. Ja, coole Passage hier. Na, falsche Richtung. Scheiß Bot, ey. Als ob ich hin zu dem Bot komme. Ah, die war cool. Die war richtig lang. Coole Strecke. Geile Musik. Geile Musik. Wer kriegt da auch wie Flashbacks? Geile Musik. Nicht aber anders. Geile Musik. 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 Bisschen Angst, dass er mich trifft. Oh, war da ein Blitz? Ne, da war irgendwas anderes. Als ob, ich hab doch Blitz. Ich hab... Das ist ärgerlich. Äh, geh weg mit der Bombe. Alle fahren oben lang, ist oben schneller. Erster, bam! Bam! Oben ist nicht besser, unten ist besser. Eiscreme Strecke hat mich jetzt noch nicht so überzeugt. Ist halt nicht so spannend, muss ich sagen. Ich mag alle Strecken nicht, wo man nicht abkürzen kann. Wenn du hier einmal hinten bist, ist es sehr schwer nach vorne zu kommen. Ops. Hallo? Kann man mich hören? Ich kann dann über das Kursor dran sitzen, warum? Wo hin? Ach nö, nicht die Bombe! Da kann ich noch nicht hören. Ach nö, nicht der blaue? Die Bananen waren auch ganz frech, weil auch immer die da hingepackt hat. Ach nö, was ist denn hier los? Also Bomben sind ja hier. Bomben sind ja hier der Burner. Auf der Strecke. Ah, oh no. Bomben sind ja hier der Burner. Ihr hört ihn ja auch nicht. Also ich bin jetzt zweimal gefahren, die Strecke. Die ist jetzt schon langweilig für mich, bin ich ehrlich. Die finde ich jetzt schon langweilig. Jetzt? Scheiße. Was ist das für ein Scheiß? Warum hört die nicht? Ich fasse aus. Aber habt ihr denn die... Warte mal. Das hört ihr auch nicht. Nein! Warum hört die nicht? Scheiße, Koopa! Scheiße, up! Untertitelung. BR 2018